Ein unbemerktes Loch in der Pyramide könnte alles verändern. Von allen biblischen Artefakten ist die Bundeslade eines der faszinierendsten archäologischen Rätsel, das die Menschen der Antike bereits Technologien entwickelten, die selbst der Moderne weit voraus waren. Als der Physiker Frederick Rogers dieses Gerät untersuchte, stellte er fest, dass es sich um nichts Geringeres als einen Kondensator handelte. Oh shit. Ich hätte echt vor, dass alles eigentlich ganz anders gelaufen ist, als wir denken heutzutage. Der prominenteste Befürworter der alten Kondensator-Idee war der berühmteste Physiker aller Zeiten, Nikola Tesla. Juhu, da ist er wieder. ...dass die Bundeslade nicht nur monströse Ladungen erzeugte, sondern ein ganzes Kraftwerk mit Strom versorgte. Dieses Kraftwerk war die große Pyramide von Gysi. Lass mal zusammen nach Äthopien und die Bundeslade klauen, dann fliegen wir nach Gysi und packen die da in die Kammer rein. Boom. Ich liebe euch alle, egal ob ihr schwarz oder weiß seid, ich spiel keine Rolle. Yo, was geht ab, meine lieben Freunde? Willkommen zu einer weiteren Reaction auf Leon Love Lock Highlights und ich hoffe, bei euch zu Hause ist alles gut. Liebe geht raus an die ganze Community auf YouTube. Ich küss eure Zirbeldrüse. Wir ziehen uns jetzt ein Video rein, mal wieder über die Pyramiden und zwar heißt das Video, ein unbemerktes Loch in der Pyramide könnte alles verändern. Miese Recherche heute wieder am Start. Lasst gerne jetzt schon mal einen Daumen nach oben da, schreibt ein Kommentarchen und abonniert den Kanal. Und jetzt würde ich sagen, gehen wir rein in den Laden. Let's go. Frederick Rogers, Dekan der Fakultät für Ingenieurwesen am Louis... Freddy, der Jutzte. ...Institute of Technology behauptete in den 30er Jahren, dass die Menschen Elektrizität hatten, lang... Die sogenannte Bagdad-Battery wurde ja auch schon sehr früh gefunden, ne? Davon habe ich auch schon mal gehört. ...bevor wir glauben, dass sie entdeckt wurde. Nämlich schon vor 3000 Jahren. Interessanterweise kam der Forscher zu diesem Schluss, als er biblische Texte studierte. Normalerweise sehen Wissenschaftler alle religiösen Geschichten als Märchen über etwas nicht Existentes und Magisches an. Und nur den aufmerksamsten Leserinnen und Lesern wird aufgefallen sein, dass Beschreibungen einiger alter heiliger Gegenstände, wie zum Beispiel der Bundeslade, auf eine ganz reale Maschine hinweisen, die den Gesetzen der Physik nicht... ...sprechen und sogar als tragbares Kraftwerk hätte dienen können. Also, sind einzigartige biblische Artefakte wirklich verlorene Supertechnologien? Oh, shit! Von allen biblischen Artefakten ist die Bundeslade eines der faszinierendsten archäologischen Rätseln. Kleine Informationshäppchen über dieses Ding könnten beweisen, dass die Menschen der Antike bereits Technologien entwickelten, die selbst der Moderne weit voraus waren, aber fälschlicherweise für etwas Übernatürliches gehalten wurden. Einer Legende zufolge begann alles mit Gott, der befahl Moses, die Bundeslade zu bauen. Außerdem erhielt der Prophet klare Anweisungen, wie genau sie aussehen sollte, einschließlich aller Feinheiten. Moses wurde gesagt, er solle den Akazienbaum als Hauptmaterial nehmen und so etwas wie eine Kiste konstruieren. Das Ding, gibt's das überhaupt wirklich? Das ist so eine Frage, ne? Das weiß man nicht, oder? Also, äh, die hat ja noch nie jemand gesehen, diese Bundeslade, oder? Das ist ja nur, das ist ja, wie sagt man? Das ist ein Mythos, oder? 2,5 Ellen lang, 1,5 Ellen breit und 1,5 Ellen hoch sein sollte. Wenn wir dies in das moderne metrische System umrechnen, erhalten wir ungefähr 1,5 Meter mal 1 Meter mal 1 Meter. 1,5 mal 1 mal 1 steht bei mir im Keller. Ach, geil, Digga. Lass mal reinziehen, Bro. Sie sah aus wie eine Truhe, hatte aber die Größe eines großen Kühlschranks. Heutige Wissenschaftler sagen, dass das Gewicht auch eher dem eines Kühlschranks entsprach. Etwa 300... Vielleicht war es ein Kühlschrank, Digga. Also, äh, eins in den Chat, wenn ihr denkt, dass es die Bundeslade gibt und dass das Ding crazy ist. Zwei in den Chat, wenn ihr sagt, na, ist ein Mythos, weiß ich nicht, Digga. Kann ich mir nicht vorstellen. Obwohl Gott wollte, dass die Bundeslade aus Holz gebaut wird, das in der Wüste in der Nähe von der Küste des Roten Meeres wuchs, wollte er, dass ihre Innen- und Außenseite mit einem ziemlich seltenen Material überzogen werden sollte. Moses musste die gesamte Lade mit Gold überziehen und eine Leiste aus Gold um sie herum anbringen. Einige Experten glauben, dass dieses Edelmetall nicht nötig war, weil Gott wollte, dass... Die Bundeslade, Digga. Gib mir die Lade, Vibs, Bro. ... dass die Truhe ein Blickfang ist. Nach christlichen Texten verurteilte Gott das Verlangen der Menschen nach Reichtum. Es ist also unwahrscheinlich, dass... Gott verurteilte das menschliche Verlangen nach Reichtum. Und jetzt zieht euch den Vatikan rein und dann sagt mir mal einer, dass der Vatikan irgendwas mit Gott zu tun hat. Generell viele Sachen, die die Menschen dann kreiert haben aus Religion und so, die haben nichts mehr damit zu tun, was angeblich göttlich war so. Weißt du? Schon crazy. Moses angewiesen wurde, solch wertvolles Material ohne Zweck zu beschaffen. Vor allem, wenn man bedenkt, wie viel Gold verwendet wurde. Ja, als Leitmittel, ne, sagen einige. Die Spitze der Pyramide war ja auch aus Gold. Außerdem wird im Text erwähnt, dass Moses den Deckel der Bundeslade mit zwei Cherubimen, geflügelte Engelswesen besetzte. Es war wichtig, dass ihre Gesichter zueinandergewandt waren und ihre Flügel sich berührten. Als der Physiker Frederick Rogers dieses Gerät untersuchte, stellte er fest, dass es sich um nichts Geringeres als einen Kondensator handelte. Oh shit. Tatsächlich könnte Akazienholz als Isolator wirken und die äußere Schicht des Goldes mit einer positiven Ladung von der inneren Schicht mit einer negativen Ladung trennen. Die Putten könnten auch positive und negative Pole sein. Wenn die Goldschicht unter einem von ihnen eine andere Holzschicht bedeckt, die als Isolator fungiert, bräuchte man nur einen Stab, der den negativ geladenen Cherub mit der inneren Beschichtung verbindet. Es ist ziemlich wahrscheinlich, dass sie im Zusammenspiel mit Gold und Holz tatsächlich Strom erzeugen können. Stell dir mal vor, bräuchte. Wenn das so ist, erklärt er... Shish. ...wieso in der Bibel so viele Geschichten über Menschen stehen, die sterben, nachdem sie die Bundeslade berührt haben. So starben zum Beispiel die Neffen von Moses, die Söhne des Bruders des Propheten Aaron. In der Bibel heißt es, dass sie von Feuer verzehrt wurden, als das Licht aus der Bundeslade erschien und sie traf. Außerdem erfuhr Frederick aus dem Text, dass die herannahenden Feinde Israels einem Funkenregen ausgesetzt waren. Und manchmal regneten die Funken auf Menschen, die zufällig die Lade berührten. Das ist schon so... Ich finde, das wird schon interessant so. Stell dir vor, echt, die hatten das Ding, um irgendwie Strom zu produzieren. Was auch immer so, weißt du? Stell dir echt vor, dass alles eigentlich ganz anders gelaufen ist, als wir denken heutzutage. Alles. Ist geil, oder? Es gab sogar so etwas wie eine Reihe von Sicherheitsregeln, die beim Kontakt mit der Lade zu beachten waren. Eine davon besagte, dass man Kopf, Lunge und Genitalien bedecken sollte, wenn man sich dem Gerät nähern wollte, was an moderne Schutzkleidung erinnert. 1961 gab eine Gruppe von Studenten der Universität von Minnesota bekannt, dass sie versucht hat, die Hypothese von Frederick Rogers zu testen. Sie gaben an, die Bundeslade nach allen Regeln der Kunst nachgebaut zu haben, mussten das Projekt aber einfrieren und das Modell zerstören, weil es eine gefährlich hohe elektrische Ladung entwickelte. Die Wahrheit ist aber, dass diese Schüler nie bewiesen haben, dass ihr Experiment tatsächlich stattgefunden hat. Der prominenteste Befürworter der alten Kondensator-Idee war der berühmteste Physiker aller Zeiten, Nikola Tesla. Juhu! Da ist er wieder. Zeichnete Moses als einen praktischen und geschickten Elektriker, der seiner Zeit weit voraus war. Vielleicht sah er in dieser historischen Figur einen verwandten Geist. Denn der Wissenschaftler träumte davon, ein drahtloses Stromnetz zu schaffen und glaubte, dass Moses dieses Ziel bereits erreicht haben könnte. Tesla nahm an, dass die Lade neben den Tafeln mit den Zehngeboten und anderen Artefakten auch so etwas wie Seitenvorhänge enthalten könnte. Der Physiker dachte, dass in diesem Fall statische Elektrizität durch die Reibung von Seidenstoffen aneinander entstehen könnte. Hat der echte, hat Nikola, also sagt er das jetzt einfach nur so, als so theoretisch er könnte? Oder hat Nikola Tesla das wirklich gesagt mal? Hat er Aussagen über die Bundeslade getroffen? Das würde mich jetzt interessieren. Und es wurden ja auch die angeblichen Gräbe in der Pyramide, wo ja nie eine Leiche drin war oder irgendwelche Dinge drin lagen. Da behaupten ja auch manche, dass es eventuell wie so ein Kondensator fungiert hat. ... sich direkt dort aufbauen kann. Der Historiker Mike Blackburn und der Forscher Mark Bennett entwickelten eine ähnliche Hypothese, obwohl ihrer Meinung nach das wahre Geheimnis im Tabernakel liegt. Diese zusätzliche Holzkonstruktion um die Bundeslade herum ist angeblich aus Widderholz gefertigt und mit Vorhängen aus Ziegenhaar bespannt. Sie glauben, dass diese Vorhänge auch aneinandergerieben haben, wodurch eine erste statische Aufladung entstand. Als sich diese Ladung aufbaute, wurde die gesamte Struktur und auch die Lade stark elektrisiert. Die Forscher schätzten sogar die maximale Ladung, die die Lade tragen konnte. Vermutlich lag sie im Bereich von 50.000 Volt. Und doch behauptete Tesla, dass die Bundeslade nicht nur monströse Ladungen erzeugte, sondern ein ganzes Kraftwerk mit Strom versorgte. Dieses Kraftwerk war die große Pyramide von Gizeh. Oh shit! Physiker fand es verdächtig, dass niemand Mumien oder andere Gegenstände gefunden hatte, die normalerweise in ägyptischen Gräbern aufbewahrt werden. Tesla war der Meinung, dass die Pyramide aus gutem Grund mit weißem Tuffstein verkleidet wurde, denn die Dämm-Eigenschaften dieses Materials sind unübertroffen. Außerdem sind die Tunnel, die unter der Pyramide verlaufen, aus Granit, einem bekannten Leiter für Elektrizität. Granit! Diese Tatsache ist besonders merkwürdig, weil 8.000 Tonnen schwere Granitblöcke, die für den Bau benötigt wurden, aus mehr als 800 Kilometern Entfernung geholt wurden. Das konnte natürlich nicht aus Langeweile geschehen. Es musste einen bestimmten Zweck geben. Es sieht so aus, als ob die Baumaterie... Dieses Pyramiden-Thema, ob das noch in unserer Zeit irgendwann mal aufgelöst wird, beziehungsweise, dass man zu einer Einigung kommt, wie die Pyramiden gebaut wurden und für was die wirklich da waren, bezweifle ich. Also mittlerweile gibt es so viele Theorien und wir haben uns selber hier im Stream schon so viele verschiedene Theorien dazu reingezogen. Ich glaube, das wird nicht aufhören, Digga. Ich glaube eher, dass noch mehr freakige Theorien dazukommen werden. Wer weiß, vielleicht wird es sich irgendwann auflösen. I don't know, Bro. Für mich ist es mittlerweile aber so, dass ich eigentlich schon... Also ich persönlich sage, dass das definitiv nicht nur ein Grab war. Das sind einfach noch viel zu viele... Viel zu viele Dinge, die einfach crazy sind. Ich weiß gar nicht, Alter. Ich wollte mir noch das Video reinziehen. Ich habe mir irgendwo ein Video reingezogen, wo nochmal auf die Geometrie der Pyramide eingegangen wurde und das ist wirklich so... Von den Maßen her... Ah, das habe ich bei Reels gespeichert. Das können wir uns gleich nochmal reinziehen. Von den Maßen her auch extrem... Lassen wir das jetzt kurz zwischendurch hier reinziehen. Komm. Das passt gerade gut zum Thema. Pyramid of Giza. The location it is on the Earth is the same number of the speed of light. These people were smarter than we are. We think we're so advanced with iPhones and stuff, but we're... I think we're pretty dumb, actually. It's built to be an exact replica of half the hemisphere of the entire planet. Die wussten einfach die Größe und die... Weißt du, den Radius von der Erde. So, wie? Wenn es irgendwelche primitiven Leute waren, so. We're talking about people that literally knew not only the circumference of the Earth, but the distance between the sun and the moon. Krass, Decker, oder? Äh, ich find das sehr, sehr faszinierend. Das ist der Sarg, den ich vorhin gemeint hatte. Diesem sogenannten Sarkophag genauso groß wie die Bundeslade. Möglicherweise hatten die Ägypter vor, die Pyramide als Kraftwerk zu betreiben. Vor 4000 Jahren. Also, welche Theorien haben wir jetzt alle schon gehört? Kraftwerk, Mahnmal für Zivilisation, also irgendwie, dass es einfach so ein Wahn-Ding sein soll. Ähm, dann gibt es die offizielle Theorie, dass es einfach nur ein Grab ist. Was haben wir noch gehört? Also, was auf jeden Fall auch noch, ähm, manche Leute sagen, dass es vielleicht ein Kommunikationstool mit dem Universum war, weil es halt auch sterntechnisch extrem ausgerichtet ist und mit den Schächten und diese ganzen Sachen. Also, es ist sehr hart an den Sternen ausgerichtet. Was gibt's noch für Theorien? Haut gerne mal unten in die Kommentare rein, jetzt auch in den Chat rein. Ich küsse eure Zirbeldrüse. ...arbeiten stagnierten, weil sie immer noch nach einem fehlenden Teil suchten. Als ob sie schon lange vor Moses etwas wussten. Obwohl, wenn du den Text der uralten Schriften genau liest, wirst du feststellen, dass die Stromerzeugung nicht die seltsamste, wahrscheinliche Funktion ist, die die Lade zu erfüllen hatte. Und da viele Gelehrte bereits damit begonnen haben, unerklärliche Teile der Bibel wissenschaftlich zu untersuchen, werden wir vielleicht als Bonus die wahre Bedeutung anderer fantastischer Dinge entdecken, für die die Bundeslade gedacht war. Der Hauptdinger und warum die Menschen die Bundeslade brauchten, war natürlich, um mit Gott zu kommunizieren. Es stellt sich heraus, dass die Truhe so etwas wie ein tragbarer Tempel war. In alten Texten heißt es, dass Gott Moses angeblich versprochen hat, in Form einer Wolke zwischen den beiden Cherubimen auf dem Deckel der Bundeslade mit ihm zu sprechen. Das klingt eher nach einem Kommunikationsmittel, zum Beispiel einem Walkie-Talkie. Vor allem, wenn man da... Walkie-Talkie, ihr den Mann hat da jetzt, ist ja richtig wild hier, was? ...ausgeht, dass die Lade tatsächlich Strom erzeugen kann. Warum also nicht? Verschwörungstheoretiker glauben, dass Gott... Oh shit, Verschwörungstheoretiker, die Aluhüte in den Chat, wir sind da. Warum also nicht? Verschwörungstheoretiker glauben, dass Gott tatsächlich ein Mitglied einer anderen hochentwickelten Zivilisation sein könnte. In diesem Fall hat ein höheres Wesen... Verschwörungstheoretiker glauben, dass Gott ein Mitglied einer anderen Zivilisation sei? Echt? Also ich glaube, viele Leute würden mich als Verschwörungstheoretiker bezeichnen, aber ich habe das noch nie gehört. ...vorfahren dabei geholfen, innovative Technologien zu entwickeln, wie sie bereits in ihrem Besitz waren. Außerdem tauchen zu viele... Ah, der redet von hier Dings und so, Erich von Däniken und so, ne? Der hat doch sowas in die Richtung angedeutet, oder? ...auf, wenn du die Zeilen über die Fähigkeit der Lade liest, die zu tragen, die sie trugen. Wenn man bedenkt, dass sie 300 Kilogramm wiegt, ist es schwer vorstellbar, welche Eigenschaften ihm halfen, die Last für seine Träger zu verringern. Und nicht nur das. Laut der Bibel könnte das Artefakt sogar ihre Bewegung erleichtern. Es wird als möglich angesehen, dass die Bundeslade Antigravitations-Eigenschaften hatte und schwerelos war. Daher können wir vermuten, dass die Lade eine exotische Materie beherbergen konnte. Eine hypothetische Substanz mit ungewöhnlichen Eigenschaften, die in der Lage ist, die Schwerkraft zu beeinflussen und von der wir nur deshalb nichts wissen, weil wir sie noch nicht gefunden haben. Die merkwürdigste Tatsache ist, dass die Lade... Ich weiß nicht, warum das Ding konnte fliegen so aufentspannt. ...nicht nur vom Boden abheben, sondern auch beeindruckende Strecken fliegen konnte. Wer sagt das, Digga? ...stellte sich heraus, dass die Truhe etwas sein könnte, wie ein Navigationssystem für... Ah, Google Maps, Bro, sag doch gleich. Also der Riddle hat jetzt hier gerade richtig den Alu festgezogen, glaube ich, bei dem Video. Ein Handy, ein Google Maps, TomTom-Navigationsgerät. Bei dir läuft, Bro. ...israeliten. Nach den alten Texten zu urteilen, könnte sie jeden Moment plötzlich in den Himmel abheben und irgendwo hinfliegen und die Wanderer sollten ihr folgen. Manchmal mussten sie zu Fuß gehen... ...tage lang... Ich find's aber geil, wie der die Videos immer animiert auch, ne? Mit den Geräuschen auch und so. Das ist krass. Der muss das ja selber gemacht haben, oder? Ich hab doch safe kein Video, was sowas zeigt hier. ...die Lade einzuholen. Sie wanderte von Ort zu Ort und führte die Menschen durch die... Das ist schon krasse Arbeit, wenn er die Videos alle selber macht. ...wistern. Wenn wir der Heiligen Schrift vertrauen, kann man davon ausgehen, dass die Bundeslade gelegentlich Fehler machte und den Israeliten den falschen Weg wies. Vielleicht war das aber auch Absicht. Denn laut der Bibel bestrafte Gott sie mit jahrelanger Wüstenwanderung, weil sie die Gebote gebrochen hatten. Gleichzeitig tat die Lade alles, was sie konnte, um ihnen die Reise zu erleichtern und beschützte die treuen Anhänger Gottes. Die heiligen Texte erwähnen, dass das Artefakt den Weg mithilfe von Blitzen anzeigte, die sich zwischen den beiden Schirubimen bildeten und vermutlich Schlangen, Skorpione, Dornensträucher und andere Gefahren beseitigte. Wie wir bereits festgestellt haben, hatte sie tatsächlich die theoretische... Von alleine, oder was? Muss doch irgendeiner den Impuls dann geben. ...Strom zu erzeugen. Jetzt scheint es, als könnte die Lade ein Analogon einer modernen Drohne sein, nur viel besser. Sie könnte von einer KI-Software gesteuert werden, die Routen erstellt und mit Moses spricht. Neben der Lade werden in der Bibel aber noch andere Artefakte beschrieben, die sich... Ich dachte, es geht hier eigentlich eher um die Pyramide, oh. ...bahnbrechende Technologien erweisen könnten. Einige Stellen im heiligen Text lassen vermuten, dass die Bundes... Lass es ein bisschen schneller angucken, oder? ...verbund mit anderen Artefakten sehr vielseitige Aufgaben bewältigen konnte. In der Schrift heißt es zum Beispiel, dass Moses zusammen mit seinem aus der ägyptischen Sklaverei befreiten Volk 40 Jahre durch die Wüste Sinai wandern und vers... Ah, Wüste Sinai. ...mus... ...hab ich mir reingezogen, alles. ...das gelobte Land zu finden. Ich habe eine Frage. Wie haben es all... 40 Jahre, Digi, stell dir mal vor. ...reisenden geschafft, so lange am Leben zu bleiben. Ja, ich weiß, dass viele der Israeliten während der Reise an Altersschwäche starben, aber keiner von ihnen ist zum Beispiel an Hunger gestorben. Forscher haben die Bibel untersucht und ein Detail gefunden, das Licht auf diese verwirrend... Welche Bibel haben die denn untersucht? Da gibt es ja leider auch verschiedene Versionen und leider sagen die teilweise auch was anderes und Dinge sind weggelassen und so. Bibel ist schwer geworden, echt. Also ich habe mich mit Bibel echt viel auseinandergesetzt, so. Und da wurde so viel drin rumgefuscht und die erste Bibel ist auch gar nicht King James Bibel, sondern die erste Bibel wurde in Äthiopien gefunden, was auch niemand richtig weiß. Also leider wurde da sehr viel rumgefuscht. Du hast wahrscheinlich schon den Satz gehört, Manna vom Himmel. In dem Sinne, du etwas tun musst, um dein Ziel zu erreichen, anstatt nur auf Manna vom Himmel zu warten. Es klingt wie ein abstraktes Phänomen, das all deine Probleme auf einmal lösen kann, aber in Wahrheit war es ein ganz reales Objekt. Um genau zu sein, ist Manna vom Himmel eine essbare, brotähnliche Substanz. Wie aufs Stichwort... Manna. ...buchstäblich vom Himmel und schmeckte wie Oblaten mit Honig. In der Bibel steht, dass die Wandernden jeden Tag ein Omer Manna pro Familienmitglied oder drei Liter, wenn wir die bekannte metrische Einheit verwenden, erhielten. Zeitgenössische Botaniker versichern uns, dass das geheimnisvolle Produkt auch heute noch existiert und auf der Sinai-Halbinsel zu den Exportschlagern gehört. Außerdem ist der Hauptbestand... Krass. ...des Manna in allen botanischen Nachschlag... Manna habe ich auch schon gehört. ...werken, die im Nahen Osten veröffentlicht werden, verzeichnet. Ihnen zufolge handelt es sich um eine Pflanze namens Tamarix. Obwohl der deutsche Botaniker Christian Gottfried Ehrenberg eine andere Meinung dazu hatte. Christian. Im Jahr 1823 veröffentlichte er einen Artikel, in dem er beschrieb, dass Manna vom Himmel eine Substanz von Tamarix-Sträuchern ist, die von bestimmten Blattlaus-Kolonien im Sinai produziert wird. Trotzdem hatte der Botaniker keine Wirkung. War einer von euch schon mal gegessen? Beweise für seine Behauptung. Nur ein Jahrhundert später hatten die Wissenschaftler der Hebräischen Universität von Jerusalem, Friedrich Simon und Oskar Theodor, eine Expedition, um die umstrittene Geschichte vom Manna vom Himmel endlich zu klären und festzustellen, ob sie überhaupt wahr ist. Sie kehrten nicht nur mit den ersten Fotos davon zurück, sondern bestätigten die Schlussfolgerungen von Ehrenberg vollständig. Ich glaube, ich habe Manna sogar schon mal gegessen. Sie sind auch sicher, dass die Wüstenwanderung der Israeliten aus der Bibel ein Fakt ist. Die von Ehrenberg erwähnten Blattlaus-Kolonien entpuppten sich als kleine Insekten, die spezielle viskose Säfte absondern, die an den Pflanzen kleben und einen eigenartigen süßen Geschmack wie Honig haben. Gut, es sieht so aus, als hätten wir endlich die Zutaten identifiziert. Krass. Eigentlich Käfer-Code-mäßig oder was? Seamoss-Diggy. The Manna-Machine. Krass, das ist Seamoss, bruv. Zum Beispiel mit dem Stab des Moses. In alten Texten wird erzählt, dass er ihn Adam im Garten Eden gab und er wurde dann über Generationen weitergegeben. Experten vermuten, dass Moses das Artefakt in der Bundeslade aufbewahrte. Dem Stab wurde eine enorme Macht zugeschrieben, denn er half Moses aus der Patsche als der Pharao eine riesige Armee. Warte mal kurz, Moses hat Adam den Stab gegeben? Adam war doch der erste Mensch, oder nicht? Laut Bibel. Da stimmt doch irgendwas nicht. ... Israeliten her schickte, die aus Ägypten aufgebrochen waren. Die Armee holte sie ein, als sie in der Nähe der Küste lagerten, die wir heute als das Rote Meer bezahlen. Dann hob Moses den Stab über das Wasser und ein starker Ostwind ließ das Meer sich teilen. Die Israeliten kamen, indem sie auf trockenem Land mitten durch das Meer gingen. Forscher glauben, dass das Geheimnis der Superkraft des Stabes in seinem Aussehen liegt, denn er hat nichts mit einem normalen Spazierstock gemeinsam. Die Bibel liefert uns die folgende Beschreibung. Sein Kopf sah aus wie ein Haken und sein unterer Teil ähnelte einem hohlen Rohr, das in Form einer zweizackigen Gabel endete, die er abgezogen und wieder hineingeschoben werden musste. Wenn es nur um die allmächtige Kraft Gottes ginge, würde jemand die Konstruktion des Stabes so kompliziert gestalten. Wahrscheinlich war der Stab nichts anderes als ein Hightech-Gerät. Einige Wissenschaftler glauben, dass er tatsächlich das Wasser teilen konnte, vorausgesetzt, er war in der Lage, eine starke Windströmung oder starke Vibrationen zu erzeugen. Dann möchte ich dir von einem anderen merkwürdigen Mechanismus erzählen, den moderne Forscher kopiert und für militärische Zwecke ausgenutzt haben. Die Heilige Schrift lehrt uns, dass die Juden nach 40 Jahren Wanderschaft in das gelobte Land kamen und sich der Stadt Jericho näherten. Sie gehörte jedoch bereits den Palästinensern und war von undurchdringlichen Steinmauern umgeben. Da befall Gott den Reisenden, die Bundeslade zu benutzen, um die Stadt zu erobern. Sechs Tage lang trugen die Priester die Bundeslade durch die Festung. Am siebten Tag begannen sie die rituellen Trompeten zu blasen, die später als die Trompeten von Jericho bekannt wurden. Genau in diesem Moment stürzten die Stadtmauern ein. Archäologische Untersuchungen an der Städte des alten Jericho bestätigen, dass die Außenmauern tatsächlich zerstört wurden und zwar auf eine ganze Durch die Vibrations sagst du? Im Falle eines feindlichen Angriffs sollten sie nach innen gedrängt werden, aber stattdessen stellten die Forscher zu ihrer Überraschung fest, dass sie nach außen fielen. Das könnte passieren, wenn die Trompeten einen lauten, niederfrequenten Ton erzeugen. Spezielle Labortests haben bereits bestätigt, dass Infraschall eine ziemlich verheerende Wirkung haben kann. Daher könnte die Lade hier als zusätzlicher Verstärker dienen. Sowohl Nazi-Deutschland als auch die UDSSR haben versucht. Manche Leute sagen ja sogar, dass man, dass man, was haben wir uns da reingezogen, Antigravitation auslösen kann mit bestimmten Frequenzen und Tönen. Auch mit so Trompetenartigen Geschichten. Und manche gehen sogar so weit und sagen, dass die Pyramiden so gebaut wurden. Dass die Steine so bewegt wurden. Mit Tönen. Ist wild, aber gibt's die Theorie. etwas Ähnliches zu schaffen. Heute hat Israel nicht nur ein, sondern drei akustische Waffen. Hat eine gewisse äußere Ähnlichkeit mit den legendären Trompeten von Jericho. Das ist eine ausgeklügelte Maschine. Ja. Oh shit, bro. Was war das denn? Legendären Trompeten von Jericho. Das ist eine ausgeklügelte Maschine. Boah, Digga. Guck mal das Ding an, Bruder. Boah. Was ist das denn? Wo hat der denn die Szene her? Stell dir mal vor, so eine Militärmaschine, die so Frequenzdinger rausballert so. Was? Das sieht voll krass aus. Der legendären Trompeten von Jericho. Das ist eine ausgeklügelte Maschine. Ja. Boah. Also ich bin mir fast sicher, dass du mit so Strahlung und mit diesen ganzen Geschichten auch sehr viel bewegen kannst. Eine ähnliche Waffe wurde bereits von den israelischen Verteidigungsschreitkräften gegen palästinensische Demonstranten eingesetzt. Echt, ja? Den Boys oder was? Free Palestine an der Stelle. Ach, haben die echt sowas schon benutzt mit so Frequenzen? Nige der heutigen Länder eine Geheimwaffe in ihrem Arsenal haben, die große Strukturen mit Hilfe von Schall zerstört. Wer die berühmte Lade hätten, könnten wir viele neue Dinge lernen. Und wenn wir sie bereits gefunden hätten, wäre unser modernes Leben natürlich ganz anders. Wenn du erst einmal herausgefunden hast, welche unglaublichen Eigenschaften die Bundeslade haben könnte, würdest du dich sicher sofort ver... Boah, dieses eine Bild, das war voll... Das sah voll krass aus. Sowas gibt es schon lange, sagt der eine. Ah, das... Wusste ich nicht, bro. ...du dieses Artefakt zu deinem eigenen Vorteil nutzen kannst. Doch dieser schlaue Gedanke kam nicht nur dir in den Sinn, sondern auch der Person, die die Bundeslade gestohlen hat. Sie wurde angeblich in Salomus Tempel in Jerusalem aufbewahrt, bevor die Babylonier die Stadt belagerten. 586 vor unserer Zeit. Nachdem der Tempel zerstört worden war, verschwand das Artefakt. Seitdem versuchen Archäologen aus aller Welt es aufzuspüren und sogar Hitler war während des Zweiten Weltkriegs von dem Traum besessen, es zu bekommen, um es gegen seine Feinde einzusetzen. Es ist beängstigend, sich vorzusehen. Das hängt bestimmt... Deswegen waren die Nazis auch so früh in der Antarktis. Hängt bestimmt in der Antarktis rum, das Gerät. ...was passieren kann, wenn dieser Schatz in die falschen Hände gerät. Deshalb versuchen fort... Dafür, dass es Schallwaffen offiziell nicht gibt, sah das Teil ziemlich echt aus. Ja, das sah auf jeden Fall krass aus, ne? ...so unermüdlich sie zu finden. In 2020 öffnete sich auf dem Tempelberg in Israel eine mysteriöse Grube. Sie bildete ein bemerkenswert großes Loch. Viele Einheimische vermuteten schnell, dass es sich um den geheimen Ort handeln könnte, an dem die Bundeslade angeblich gelagert wurde. Die Israelis nehmen dieses Artefakt sehr ernst und hoffen, dass die Bundeslade das Land nie verlassen hat und wirklich irgendwo innerhalb der Landesgrenzen versteckt ist. Experten hatten nie die Möglichkeit, diese Hypothese zu überprüfen, weil das Gebiet des Tempelbergs einer religiösen Gruppe gehört, die allen Besuchern den Zugang verwehrt. Obwohl der britische Journalist Graham Hancock Oh shit man, Graham Digger Gang. Fühle ich, fühle ich, fühle ich. Ach so, krass. Die Einheimischen haben wiederholt erwähnt, dass die Bundeslade genau in dieser Kirche untergebracht ist. Allerdings sind ständig bewaffnete Wachen vor Ort, sodass es fast unmöglich ist, sie zu erforschen. Wenn führende Physiker unserer Zeit eines Tages endlich die Erlaubnis erhalten, dieses multifunktionale Artefakt zu untersuchen, könnten sie die Welt der modernen Technologien durchaus revolutionieren. Zuallererst sollten sie die Lade zur großen Pyramide von Gizeh bringen und sie in der Königskammer aufstellen. Wenn Tess stellen wir vor, ich muss auch die Klauen gehen. Lass mal zusammen nach Äthiopien und die Bundeslade klauen, dann fliegen wir nach Gizeh und packen die da in die Kammer rein. Boom. Stell dir vor, auf einmal freie Energie auf der ganzen Welt für jeden. Recht hatte und sie wirklich als Generator fungierte, sind Stromrechnungen ein für allemal Geschichte. Nehmen wir an, die Studenten der Universität von Minnesota haben auch richtig geraten und die Ladekante eine starke Ladung erzeugen. Was bedeutet das? Wenn das möglich ist, entdecken wir die Quelle der grenzenlosen Energie. Außerdem könnte sie zusammen mit der Mannermaschine dabei helfen, das Hungerproblem zu lösen, das in einigen Regionen unglaublich frustrierend ist. Aber wie lange wird dieses technologische Paradies andauern? Ziemlich kurz. Wenn jeder herausfindet, wo genau sich die Lade in der großen Pyramide von Gießen findet, wird es so einfach sein, sie zu stehlen, dass die gesamte Weltgemeinschaft in Kriege um dieses außergewöhnliche Gerät ausbricht. Und es kann als tödliche Waffe eingesetzt werden. Die Kriegspartei, die die Truhe zuerst erobert, spart mit ihrer Hilfe ein Geld, Wir müssen das schaffen, meine lieben Freunde. Wir sorgen für Frieden. Geld, da sie nicht nachgeladen werden muss. Außerdem erfüllt sie die Funktionen mehrerer Geräte auf einmal. Gib der Love Gang die Macht über die Bundeslade und alles wird gut. Migrations- und Raketenleitsysteme ersetzen. Und sie kann sowohl eine Drohne als auch ein Sturmgewehr sein, das elektrische Hochspannungsladungen erzeugt. Aber wer weiß, ob wir diese Maschine für immer kontrollieren können? Was, wenn die Bundeslade irgendwann anfängt, wahllos alle Menschen in der Umgebung zu töten? Vielleicht war das das Ergebnis, das in alten Schriften beschrieben wurde. Nach dem Studium der Bibel und vieler verwandter Texte sind Übersetzer und Literaturkritiker zu dem Schluss gekommen, dass der Fund der Bundeslade das letzte Signal für das bevorstehende Ende der Welt sein wird. Dieses Albtorn-Szenario ist sehr wahrscheinlich, wenn die Menschen beschließen sie, in eine Waffe zu verwandeln. Ist es also eine gute Idee, weiter nach der Bundeslade zu suchen? Teile deine Meinung in den Kommentaren mit. Ich weiß nicht mal, ob die Bundeslade wirklich existiert beziehungsweise ob sie auch wirklich ein elektrisches Gerät ist und das ist ja alles sehr weit hergeholt. Also es ist für mich coole Science Fiction. Ist mal cool, sich damit auseinanderzusetzen. Man kann sich ein bisschen selbst Gedanken machen, okay, könnte das sein, könnte das nicht sein. Aber ich würde nicht so weit gehen, dass es safe ist, dass es die Bundeslade überhaupt gibt. Erstens. Zweitens. Was ist die Bundeslade? Weißt du, wie ich meine? Deswegen, ich operiere halt noch sehr in der Realität so ein bisschen und deswegen würde ich mir darüber jetzt nicht zu viele Gedanken machen. Aber es war trotzdem spannend, oder Freunde? War trotzdem ein cooles Video, muss ich ehrlich sagen. Vor allen Dingen bei Riddle muss ich sagen, feiere ich seine, ich feiere seine Videoverarbeitung mit den Effekten, mit den Sound Effects und wie er die Videos zusammenbastelt und so. Da steckt viel Arbeit dahinter. Deswegen Respekt an der Stelle. Liebe geht raus. YouTube, eure Gedanken dazu wie immer unten in die Kommentare rein. Wir sehen uns im nächsten Video. Macht's gut. Bis dahin. Tschüssi. Tschüssi.